Na, so groß bist du nicht, oder? Oder doch? Nee. Nee, oder? Bist du doch nicht, oder? Bist du so groß? Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Okay, er ist so groß. Nice. Keter-Lachstrophy. Kaching. Joa, schön, nech? Habe ich das Ganze mal eben hier auf 6,2 Kilo Schnur gezogen, auf den grünen Hornet, auf den S4er Haken. Muss zugeben, ich habe gar nicht mal drauf geguckt, was der Haken so drauf hatte. Naja, schön. Moin, liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Ja, war gerade schön, das zu sehen, nicht wahr? Ja, es hat sich auch in den letzten Tagen immer wieder positiv herausgestellt, als wir am Yama unterwegs waren. Es gab immer wieder coole Situationen. Eine hat leider die Kamera nicht festgehalten, die möchte ich euch aber auf jeden Fall zumindest mal gezeigt haben. Es ist noch relativ am Anfang der Woche, aber für die wöchentlichen Rekorde hat es zumindest schon mal in einen guten Bereich gereicht, möchte ich sagen. Wir haben hier den Schereshniv-Saibling auf Platz 2 global eingefahren. Das Ganze hier mit einem 8-Gramm-Vaiko, den möchte ich euch auf jeden Fall neben dem Keta von gerade eben auch nochmal zeigen. Und es ist also auch so, dass es tatsächlich endlich mal geklappt hat mit den besonderen Fängen. Denn so ein Schereshniv-Saibling ist natürlich entsprechend selten und ich freue mich, dass ich ihn hier abhaken durfte. Leider, wie gesagt, nicht als Video entstanden, sondern dann jetzt eben hier mit eingefügt. Aber den habe ich mir auf jeden Fall auch ausgestopft. Der ist definitiv jetzt hier in meiner Ausstopfsammlung mit dabei und wird im nächsten Haus, was ich mir anschaffe, hoffentlich einen schönen Ehrenplatz bekommen. Jo, aber nichtsdestotrotz, es ist nicht das Thema heute am Yama zu sein, auch wenn das schön wäre. Aber ich habe heute beschlossen, eine Spot-Aber-Flot-Session zu machen und zwar an der unteren Tunguska. Und die Idee dazu kam mir durch einen meiner Zuschauer, das ist Wilde Hilde. Wilde Hilde hat uns einen coolen Tipp gegeben, wo man denn hier aktuell gut angeln kann. Und das haben wir prompt mal ausprobiert. Bei rund 14 Grad Celsius an dem Tag waren wir unterwegs und haben hier eine schöne Ecke aufgesucht, nämlich... Hier, an der Stelle standen wir heute mal. Gar nicht mal wie sonst da unten am Fluss Auslauf oder, ja, kann man es sehen von hier oben, da oben gegenüber vom Wasserfall. Nein, heute sind wir hier mal auf dem Baumstamm unterwegs gewesen. Das Teil da, genau das hier. Und, ja, Ziel der Übung war es, hier einfach mal in dem Bereich ein bisschen zu testen. Ich habe mal ein bisschen gerade ausgeworfen. Ziel der Übung hauptsächlich an der Stelle wiederum war allerdings hier unten die Ecke der Insel anzuwerfen. Und den Köder nach oben zu kurbeln. Auch das haben wir gemacht. Und es hat sich doch sehr interessant herausgestellt, weil natürlich hier grundsätzlich die Tage etwas kürzer sind. Die Nacht nicht ganz so ergiebig. Fällt das Video heute ein bisschen kürzer aus. Aber ich denke, ich kann euch hier mithilfe von Hildes Tipp genügend Motivation verschaffen, auch mal wieder herzukommen. Und der unteren Tunguska einen Besuch abzustatten. Sofern jetzt längere Zeit, wie ich auch, nicht gemacht habt. Deswegen lasst uns einfach hier hin. Und dann zeige ich euch noch, womit wir unterwegs waren. Denn die neu angeschaffte Route vom Yama hat auch prompt ihren Einsatz hier bei uns vor Ort gefunden. Und zwar ist wieder diese, die Ultima CST M68ML, eine Medium Light Route mit 60 Kilo Traglast und unser wunderbares Wurfgewicht hier von 3 bis 12 Gramm. Das Ganze unterstützt durch die Inferno hier als entsprechende Low Profile Rolle mit einem recht starken Bremskraftwert doch von 9,5 Kilogramm. Wir haben allerdings dann die Schnurstärke ein bisschen runtergesetzt. Dafür ist sie monophil. Monophile 6,2 Kilogramm für den Extraspaß hier an der Ecke. Und der handgemachte Spinner Nummer 1004, der momentan besonders ergiebig läuft. Hier mit einem FS2er Rage Treble Haken. Außerdem ersatzweise haben wir noch einen weiteren dazu genommen. Und zwar diesen handgemachten Spinner Nummer 1003. Auch der hat tagsüber maßgeblich hier seinen Einsatz gefunden. Hatten wir beides so ein bisschen durchvariiert. Da haben wir einen 1er Haken mal draufgepackt. Und wie das gelaufen ist, das könnt ihr euch jetzt in Ruhe anschauen. Let's go! Geil! Ich hab's geschafft, mich zu verhaken. Was für ein Talent. Hervorragend! So macht das doch Spaß, Mensch. Hier fangen wir mal gemütlich an mit die Esche aus die Arktis. Auf den schwarzen Handgemachten. Ja, sehr gut. Ja, das sieht noch mal schön am schönen Buckellachs aus. Ich wollte gerade sagen, Bafo. Nein! Es ist ein Buckellachs mit 627 Gramm. Schönes Ding. Und der nächste Einstieg. Schön. Ein Prosopio mit 296 Gramm. Aha! Jetzt wird's aber exotisch hier. Na nü, na nü, na nü. Was ist denn jetzt los, Herrschaften? Mhm. Das sieht aber auch gut aus. Arktische Esche hier an der Stelle. Mit 1,2 Kilo. Aha! Aha! Das waren jetzt dreimal in Folge sehr schöne Fische an der Angel. Da kommt Bafo. Also bunt ist's auf jeden Fall. Tja, das ist schon ein Weilchen her, dass wir hier zuletzt standen. Generell an dem Gewässer. Und das hat natürlich ebenfalls sehr viele Möglichkeiten, wo man wiederum angeln kann. Aber ich kann schon mal eines sagen. Der Baumstamm, auf dem ich stehe, gehört zu den eher weniger frequent genutzten Bereichen. Tatsächlich stand ich meistens eher am unteren Auslauf. Oben an dem... Da oben an dem... An dem Eckchen, wo dann praktisch der Wasserfall gegenüber liegt. Und noch weiter oben in dem ganzen Flussabschnitt. Dann natürlich das Schleppfischen auf dem Hauptstrom. Auch das habe ich sehr gerne gemacht. Das ist auf jeden Fall einiges an Optionen, die man hier nutzen kann. Joa, bisher sieht's gar nicht mal schlecht aus, muss ich sagen. Okay, nice. Es geht weiter. Mit... Dachforelle. Jawoll. Wenn da natürlich was Größeres reingeht, dann müssen wir ein bisschen die Beine in die Hand nehmen, dass wir dann dran vorbeikommen und unten gegenstemmen können, den Fisch möglichst nach oben zu bewegen. Hier wechselt sich so ein bisschen der Kleinkram diesmal mit den schönen, maßigen Fischen ab. Das heißt, wir werden beides mitnehmen, um dann die Anzahl der gefangenen Fische sozusagen am Ende mal zu haben. Aber Potenzial ist grundsätzlich auch für größere Fänge da. Das haben wir jetzt schon relativ zeitnah erkannt, gerade hier mit der arktischen Esche. Mal ganz kurz eskaliert. Sechs Minuten, zwei, vier, sechs, acht, zehn Fische. Das sieht nicht schlecht aus an der Ecke auf jeden Fall. Mal so ein bisschen an den Rand dran werfen. Gucken, ob da drüben mehr geht bei Insel. Ja. Ja, das sieht nicht verkehrt aus. Sehr schön. Guck mal, die sieht auch nicht schlecht aus hier. Kilo vielleicht? Ja, 1,3 Kilo. Schön. Mhm. Gut. Ein moderater Zug von einer arktischen... Ne, ostsibirisch. Ostsibirische Esche. Maßig knapp unter 500 Gramm. Die haben wir hier auf jeden Fall dabei. Aber wie gesagt, viel Kleinkram dazwischen. Müssten wir theoretisch ein bisschen sortieren. Ich nehme jetzt alles mit. Ein rein Frequenztechnisch ist das schon gut. So, der Handgemachte hier, der hat einen Haken Zweier drauf. Wir machen nochmal einen anderen Handgemachten drauf. Machen wir auch mal einen Einser Haken drauf. Und schmeißen den jetzt einfach mal ersatzweise rein. Er ist schon relativ grell leuchtend. Gucken wir mal, wie der sich so schlägt. Ob der auch was fängt. Geht direkt was dran. Das ist gut. Das ist sehr gut als Einstieg. Und eine schöne Esche. Eine schöne ostsibirische Esche kommt da direkt auf uns zu gerudert. Jawohl. Guckt mal. Da haben wir doch fast ein Kilogramm. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dass wir auch mal zwischendurch ein bisschen getauscht haben. Farblich. Also Köder ist schon mal super an der Stelle. Der Handgemachte. Jetzt kann man die Farben noch variieren. Vielleicht angepasst dann ans Wetter. Aber das sieht an sich ja prinzipiell erstmal auch hier in diesem Farbspektrum recht interessant aus. Müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Ich weiß, dass die Eschen auf jeden Fall gerne so silberne Köder mal ab und zu mögen. Deswegen kam mir jetzt bei Sonnenschein so die Idee, dass vielleicht auch mal sowas ganz interessant sein könnte. So von den Farbideen, die ich so grundsätzlich habe. Die Handgemachten gibt es ja jetzt alles mögliche an Optik. Jawohl. Guck mal. Schön. Die nächste ostsibirische Esche mit 600 Gramm. Oh, ein Buckellachs. Wie schön. Ja. Es scheint auch maßig zu sein. 500 Gramm. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sowas nehmen wir gerne mit. Oh ja. Oh. Schöner Einstieg. Klasse. Ich probiere es mal mit den Haken. Ich probiere es mal. Was haben wir hier? Esche? Nein. Quatsch. Bachforelle. Ein guter Einstieg auf jeden Fall hier mit 800 Gramm. 24 Minuten, 23 Fische, aber wir haben am Anfang ein bisschen gestrauchelt, verschiedene Köder. Jetzt haben wir tendenziell das gefunden, was recht gut läuft, dank unter anderem der Unterstützung hier auch von Wilde Hilde, der mir den Tipp gegeben hat. Das macht auf jeden Fall Sinn hier an der Stelle. Und da kommt schon wieder ein Fähnchen auf mich zu. Ach, ist das schön. Denn wenn die Esche beißt, dann weiß man hier an der Tunguska, das zahlt auch ein bisschen was. Sehr gut. Und die Ostsibirische Esche habe ich bereits als Trophäe vorliegen. Die Arktische würde mir noch fehlen. Das behalten wir mal im Auge hier. Das sieht nach Regenbogenstint aus. Der ist aber groß. 197 Gramm. Na nü. Das ist eine schöne Überraschung hier an der Ecke. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Klasse, Mensch. Auch das wieder ein wunderbares Beispiel dafür. Du kannst noch so oft an einem Punkt stehen. Aber es gibt so viele Köder und die Fische haben unterschiedliche Vorlieben. In dem Fall war es auf jeden Fall der Fokus mal für den Regenbogenstint. Sehr schön. Und hier haben wir nochmal die nächste Bachforelle. Also es geht in einem durch. Relativ entspannt. Jetzt zum Abend hin müssen wir natürlich nochmal gucken. Der Tag ist jetzt echt gefühlt gerannt. Andererseits, wenn ich so darüber nachdenke mit dem Regenbogenstint. Und das ist eigentlich nicht ungewöhnlich, dass der auf den Handgemachten geht. Insofern macht das wieder Sinn eigentlich. Okidok. Kommen wir dieses Mal. Du denn. Ist das ein A-Land? Ne. Ne Maräne. Aha. Ne arktische Maräne. Na, sieh mal einer an. Die habe ich auch nicht unbedingt erwartet. Schön. Da kommt nochmal eine arktische Esche an, Freunde. Ruder, Ruder, Ruder. Und nochmal 400 Gramm. Jawohl. Schön. Also eschenreich. Wenn die arktische mal irgendwann droppen würde, ich wäre auf jeden Fall froh darum. Denn aktuell sieht das so aus bei mir, dass die arktische sich 34 Gramm vor der Trophy verabschiedet hat von mir. Und das muss natürlich nochmal nachgeholt werden. Ist ja klar. Ja, gut. Zum Abend hin dann jetzt doch so langsam hier Flaute. Denke mal so allmählich könnte man den Köder nochmal auf schwarz wechseln und gucken, ob das noch was reißt. Aber prinzipiell geht es jetzt erstmal in die Pausephase über Nacht, denke ich. Können ja nochmal ein paar Testauswürfe machen. Ja, doch. Da guck mal. Da kommt noch was. Da war der Wechsel auf die andere Farbe doch nochmal ganz gut. Hier haben wir noch eine Esche mit am Start. Sehr schön. Zahlt alles. Also eschen-technisch sind wir hier gar nicht so schlecht aufgestellt. Das Untermaß dazwischen, das schmellert durch die Optik hier bei den ganzen kleinen Barfuß. Aber prinzipiell ist da auf jeden Fall einiges Vernünftiges mit dabei, was man dann nachher auch gut abgeben kann. Im Café zum Beispiel. Oh, da kommt nochmal was rein. Halb zehn haben wir noch einen Einstieg. Dieses Mal scheinbar nicht von der Esche. Dieses Mal scheinbar von... Was bist du denn? Muxon? Pelletmarine? Muxon an der Angel. Okay. Ist leider untermassig, deswegen so viel bringt mir das jetzt nicht. Aber interessant. So. Einmal gehüpft und schon stehen wir dann jetzt hier vorne vor diesem Holzverschlag, der dahinter den Angelladen unter anderem versteckt. Hier vorne haben wir Lebensmittel. Aber uns interessiert jetzt erstmal das Café. Zunächst mal zu schauen, ob wir da irgendwas abgeben können. Im Normalfall finden wir hier so Sachen wie Esche, wie Barfu, wie arktische Maräne, die ein Gramm drüber ist. Und wir haben 33 Silber dafür kassiert. Das ist natürlich sehr fein, wenn das klappt. Aber ansonsten sehe ich auch nichts weiter. Die hier hätte ich gerne, habe ich aber nicht. Die würde alleine 180 fast zahlen. An sich eine ordentliche Menge. Wir gucken mal rein, was neben dem ganzen Kleinkram sonst so zusammengekommen ist. Preise sagen da, dass die Esche am wertvollsten ist mit 35 Silber. Die arktische mit 1,2. Hier die ostsibirische mit 900 Gramm für 27. Und das setzt sich dann hier fort in vielen kleineren 10 Silber-Varianten. Das war jetzt eine Fangzeit von 40 Minuten, die er angefangen hat mit ein bisschen Tüftelei. Also sagen wir mal eine halbe Stunde, wenn wir es ernsthaft betrachten. Auf die Zeit 260 Silber etwa. Plus der Kaffeeauftrag nochmal 30 obendrauf. Also sagen wir mal 290, fast 300 Silber. Ist an der Stelle, wo wir jetzt gerade den Test durchgeführt haben, doch schon relativ in Ordnung für die untere Tunguska. Ich denke, das ist als Ergebnis wirklich stattlich. Und das könnte man sich ruhig nochmal anschauen. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und Baumstammangeln ist was Feines, haben wir gelernt. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020